Jo hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch Tipps, wie ihr schnell in Skywars Coins bekommt und zwar auf den gommahd.net-Server und wir sehen uns in der Runde. Die erste Taktik, um schnell an Coins zu kommen, braucht man nur eine Spitzhacke. Dafür lohnt es sich am besten das Kit Bergarbeiter für 25.000 Coins. Ich habe es nicht, weil ich noch nicht so viele Coins gefarmt habe und deswegen seht ihr jetzt auch nur die Sicht von dem Starter-Kit. Aus allen Erzen kann man bis zu 100 Coins bekommen und das ohne einen Spielerzückel. Für die zweite Taktik muss man auf der Map-Labyrinth sein. Alle Server mit der Map-Labyrinth waren leider voll und somit hat mir mein Kumpel geholfen, denn er hat eine Aufnahme gemacht, wo er auf der Map-Labyrinth mal war, indem man sie herunterwirft und zwar mit dem Kit Knitberg für 25.000 Coins. Ich hoffe, euch haben die zwei Taktiken weitergeholfen und wir sehen uns am nächsten Mittwoch. Bis zum nächsten Mal.